Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Manche Zuschauer fragen mich. Ich bin sehr spirituell. Ich beschäftige mich immer mehr mit meinem Geist. Ich bin auch mehr in Verbindung mit dem Schöpfer. Ich versuche, ein besserer Mensch zu sein, ein bewussteres Leben zu führen. Ich versuche, wesentlich bewusster zu sein, auch wenn ich Menschen nicht mag. Oder in schwierigen Situationen versuche ich, mit Liebe in die Diskussion, in die Situation hineinzugehen. Und ja, es funktioniert zu einem großen Teil. Aber dann, aber dann, ja, aber dann gibt es immer wieder Situationen, in denen etwas passiert. Etwas, was mich wirklich sehr beschäftigt, meistens auch mit Menschen, die mir sehr nahe sind. Mit Arbeitskollegen, die ich zum Beispiel auch sehr gerne mag oder in der Familie. Und dann ist da zum Beispiel eine Negativität, eine Geschichte, die passiert und diese Geschichte bleibt hängen. Diese Negativität bleibt in meinem Kopf hängen. Ich möchte an etwas anderes denken. Ich meditiere. Ich möchte andere Dinge tun. Aber immer wieder kommt diese negative Stimme in meinem Kopf rein. Und ich fange an zu grübeln. Ich fange an, an die Vergangenheit zu denken. Was hätte ich vielleicht anders tun können, damit diese Situation so jetzt nicht passiert. Die Person ist immer schon schwer gewesen und, und, und. Es kommen diese negativen Gedanken. Und diese negativen Gedanken bleiben hängen im Kopf. Was ist da los und was kann ich daran tun? Nun, was ist da los? In dem Augenblick, wo ich mich dazu entscheide, in die Verbindung mit dem Schöpfer zu gehen, mehr auf meine Seele zu hören, mehr auf meine Seele zu achten, bewusster zu leben, über Dinge, die ich tue, nachzudenken. Und auch darüber nachzudenken, was es für mich bringt, was ich da als Mensch und vor allen Dingen auch als Seele, was ich daraus lernen kann. Wenn ich dazu übergehe, wenn ich mich dazu entscheide, bewusster zu leben, dann wird mein Leben, ja, dann wird mein Leben, und das ist Fakt, nicht unbedingt nur leichter. Es wird manchmal sogar auch etwas schwerer. Denn die Dunkelheit findet immer einen Weg, da hinein zu pieksen, da in ein kleines Löchlein, welches vielleicht noch nicht so bewusst ist, wo Dinge sind, vielleicht auch aus der Vergangenheit, die unbearbeitet sind. Die negative Seite findet da immer ein Löchlein, immer eine Möglichkeit, genau da hineinzukommen. Und es muss auch genauso sein, denn wenn ich anfange, an mich zu arbeiten, wenn ich anfange, bewusster zu sein, anfange auch mit meiner Seele in Kontakt zu treten und auch anfange, ja wirklich dann in dem Sinne ein, zwischen Klammern, besserer Mensch zu sein, in dem Augenblick bekomme ich natürlich auch größere Herausforderungen. Das ist ganz klar, denn der Weg ist nicht leicht. Wenn ich bewusster bin, wenn ich eine Verbindung habe mit meiner Seele, wenn ich ein spiritueller Mensch bin, bedeutet das auf gar keinen Fall ein einfacheres Leben. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet sogar ein Leben mit mehr Herausforderungen, denn ich kann natürlich auch wesentlich mehr ertragen. Ich bin nicht mehr blind. Ich bin jetzt jemand, der sieht. Ich stolpere nicht mehr halb blind durchs Leben, von Ereignis zu Ereignis und glaube, ach, das sind alles Zufälle, ach, das hat alles nichts miteinander zu tun. Wie das natürlich auch in der großen Welt, bei der großen Politik der Fall ist. Es gibt immer noch ganz viele Menschen, die glauben, das sind alles Zufälle. Nichts hat nichts mit nichts zu tun. Nichts hat miteinander zu tun. Es ist alles ein gigantisch großer Zufall. Ja, es gibt immer noch die Mehrheit der Menschen, die so denkt. Aber es gibt natürlich auch immer mehr Menschen, die anfangen, Fragen zu stellen, die anfangen nachzudenken, die keine Antworten bekommen. Und so ist es im Kleinen auch mit mir, mit jedem Einzelnen von uns, mit der Seele. In dem Augenblick, wo ich mir darüber bewusst bin, bewusst geworden bin, dass ich eine Seele habe und diese Seele möchte antworten. Und ich bin ein bewussterer Mensch und ich meditiere auch und ich bete auch. Ich bin in Verbindung mit dem Schöpfer. In dem Augenblick kommen tatsächlich auch manchmal mehr negative Ereignisse. Und vor allen Dingen, manchmal ist die Stimme da. Und ich kriege sie nicht raus. Ich werde sie nicht los. Was kann ich da tun? Was kann ich da tun? Ich kenne das auch. Ihr kennt das alle. Manchmal ist es einfach. Ich gehe in die positive Energie. Ich meditiere. Ich bin mir darüber bewusst. Und ich schubse, wie wir das so oft sagen, ich schubse die negative Seite raus aus meinem Kopf. Aber manchmal funktioniert das nicht so leicht. Manchmal versuche ich es und versuche ich es. Und die Stimme bleibt da. Und es fängt an zu grübeln. Und ja, manchmal fange ich dann auch an, der anderen Person nicht so Schönes zu wünschen. Da bin ich natürlich in dem Augenblick, bin ich ganz in der negativen Seite gefangen. Es gibt keine Chance, aus dieser Situation rauszukommen. Erst wenn ich wieder in die bewusste Situation hineinkomme, wo ich wirklich anfange, auch ehrlich mit mir selbst zu sein und zu sagen, warum ist das in meinem Leben? Was will mir diese Situation jetzt sagen? Ist es wirklich nur die andere Person? Oder habe ich vielleicht Fehler gemacht? Auch? Ist vielleicht ein bisschen was von der Verantwortung? Auch bei mir? Und ich muss nicht einmal mir selber die Schuld geben. Absolut nicht. Absolut nicht. Wenn es einen Konflikt gibt, gibt es immer mehrere Parteien, die schuld sind. Immer zwei Parteien auch, die schuld sind. Wenn es zwei Parteien gibt. Oder drei. Was heißt Schuld? Es geht nicht um Schuld. Es geht darum, wer ist dafür verantwortlich. Und es ist nie nur die andere Person. Es ist immer auch ein bisschen ich. Und die Frage ist, kann ich damit leben? Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich es lösen? Ich kann natürlich auch sagen, nö. Nee, 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 nee. In dem Fall bei mir, meine Situation ist so, da ist nur die andere Person schuld. Da ist nur die andere Person verantwortlich, weil sie so und so ist. Glaubt mir, ein bisschen was von der Verantwortung tragt auch ihr. Jeder einzelne von uns trägt diese Verantwortung. Und das ist hier genau die Situation. fragt euch, wo ist meine Verantwortung in dieser Situation? Es kann auch bedeuten, dass ihr vielleicht sogar zu nett wart. Dass ihr zu viel geschenkt habt, was der anderen Person gar nicht zusteht. Ich rede ein bisschen hier in in, ja, in eine Situation hinein, die in meinem Kopf ist, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr die Verantwortung übernehmt für euer eigenes Tun und Handeln und wenn ihr euch darüber bewusst seid, wie ihr damit umgeht, und das bedeutet nicht, dass ich mich selbst klein mache, ganz im Gegenteil, aus meiner Stärke, aus meiner starken Position heraus, bin ich bereit, mitzuarbeiten an der Lösung von zum Beispiel einem Konflikt, damit auch in meinem Kopf die negativen Gedanken rausgehen. Ja, ist das Ego? Nein, es ist nicht Ego. Es ist Liebe. Es ist Liebe für die andere Person, mit der ich den Konflikt habe und vor allen Dingen ist es auch Liebe für mich, für mich selbst. Konflikte sind dazu da, gelöst zu werden. In einer vernünftigen, guten Kommunikation. Kommunikation ist wirklich die Grundlage für alles. Wenn ich nicht kommuniziere, schaffe ich Chaos. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert als Journalistin. Es gibt keine Zufälle. Ich habe es studiert, vielleicht sogar, weil in unserer Familie nicht sehr viel kommuniziert wurde. Ähnlich wie jetzt, wie das Chaos, was wir zur Zeit haben in der Welt, ja, wo nicht kommuniziert wird, nicht genug kommuniziert wird. Und wir sehen gerade, dass derjenige, mit dem der Westen nicht kommunizieren will, weil er sich auf stur stellt, jetzt sind wir wieder bei der großen Politik, aber es hat auch mit unserer kleinen, dunklen Stimme im Kopf zu tun, glaubt mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Politiker gar nicht so gut schlafen nachts, weil die dunkle Stimme im Kopf ist. Sie können sie abschaffen mit Kommunikation, aber nein, sie stehen auf ihrer Ego-Position. Nein, wir können nicht kommunizieren. Der andere sucht sich längst Verbündete, mit denen er kommunizieren kann. Auch das gehört mit zum Leben. Auch das gehört mit zu unserer Situation, in der wir gerade sind, als kollektive Menschheit. Die dunkle Stimme in eurem Kopf, die ihr nicht loswerdet, die werdet ihr nur los, indem ihr vorwärts geht, indem ihr ehrlich seid zu euch selbst und dann aus dieser ehrlichen Position heraus eine Aktion, eine Aktion unternehmt, nicht eine Reaktion, sondern eine gezielte Aktion. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt.